Papa, was heißt nachhaltig? Nachhaltig heißt, dass man sparsam mit Sachen umgeht, so dass andere sie später auch noch nutzen können, zum Beispiel mit Strom. Wenn man Strom aus Kohle macht, ist die ganze Kohle ja irgendwann aufgebraucht und es ist ganz viel schädliches CO2 in der Luft. Strom aus Wind ist nachhaltig, weil der Wind ja nie aufhört zu wehen. Aber hier steht doch nachhaltig Geld anlegen. Naja, ist richtig. Weil wenn du das Geld nicht in Kohle investierst, sondern in Windräder, dann kannst du ja quasi endlos sauberen Strom produzieren. Und das ohne die Umwelt zu verschmutzen. Das ist aber teuer. Nee, ist es gar nicht. Das Tolle ist, wir verdienen ja sogar ein bisschen damit. Also eine nachhaltige Geldanlage ist gut für die Natur und gut für uns. Kriege ich also mehr Taschengeld? Ja, mal schauen. Das kannst du ja dann auch nachhaltig anlegen. kommt es요 type her undamin. Aber wie ist das? Ich kann es nicht individuaięcy gut für uns. Was ist eine Artettuchمنbe? Was ist eine Arbeit, ist nicht sehr meta-まあhaltige? Ich kann es nicht Amazonen spielen. Ich ist eine große squash, feministische Euroz רק mit 20 मunden. Der att�� kann es αυτές. Wer hat eine Ums alright- busted. Hil! Vielen Dank.